Hey Tanzwiedes, heute machen wir ein Bananen-Eis mit Kiwi, Limentensaft und Haselnuss-Bananen-Eis. Begucken, ob man demnächst das auch schafft kann. Ich habe jetzt die Bananen schon reingetan, gestern habe ich die in die Tiefe gefakult getan. Sie ist gefroren, habe ich jetzt schon reingetan. Wir machen jetzt als nächstes, tun wir dann die Kiwi da rein. Als nächstes Limettensaft, von halbem Limette erstmal. Ganz wichtig auch noch Pfefferminz, weil Pfefferminz mag ich nämlich sehr gerne. Pfefferminz habe ich heute auf den Markt geholt. Kartoffelmarkt in Giffenburg, da war das so ein Event, Kartoffelmarkt. Oder du jetzt mal so zwei Teelöffel, ne, drei Teelöffel rein. Jetzt ist das Minzgelee mit Zitrone. Und da tun wir jetzt die Haselnuss dabei. Und jetzt haben wir so ein bisschen langer Wasser. So ein bisschen. Und dann wollen wir gucken, ob der Mixer das schafft. Da steht ja drin, da kann Bananen, da kann Eis machen. So ein bisschen. So ein bisschen. So. Dann gehen wir hier mit, langen. So ein bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und mein Andreasglas. Wie ihr sehen könnt, ist das Eis sehr cremig geworden. Schmeckt auch sehr lecker. Ich habe es noch ein bisschen banan. Dann drehen wir mal gut. Und jetzt ein Eis. Sehr frisch. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.